Wie schnell doch die Zeit vergeht. Es fühlt sich so an, als hätte Sarah erst gestern Alessio zur Welt gebracht. Doch mittlerweile haben Pietro und Sarah sich getrennt. Das Ganze ist ein paar Jahre her und der kleine Alessio ist ganz schön groß geworden. Auch gibt es eine fette Geburtstagsparty. Sarah hat sich da ziemlich viel Mühe gegeben. Geschenke regnet es ohne Ende. Zum Beispiel ein nagelneues Fahrrad. Auch von Pietro Lombardi gibt es was Tolles, zum Beispiel einen Song für Alessio. Hier habe ich für euch ein paar kleine Videos und den Song. Egal ob du lachst, egal ob du weinst, egal ob du glücklich oder traurig bist, ich will immer für dich da sein, wenn du mich brauchst. Wenn du nach mir fragst, kannst du auf mich ziehen. Du sollst wissen, dass du alles bist. Ich kann einfach nicht ohne dich sein. Ich verspreche dir, ich lasse dich nicht allein. Ich bin stolz, dein Papa zu sein. Alles Gute, mein Schatz. Da ist noch eine Überraschung. Guck mal aus, den hier gehen wir an. Geh mal gucken. Überraschung. Ja, dann geh mal gucken. Du hast gesagt, nein. Wie findet ihr die Geburtstagsparty? Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare und abonniert CheckThisTheLab, um immer up-to-date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zusehen.